Jetzt, dass ich euch weiterverzähl. Es kommt zu ihm auf einmal ein Schreiben, es müsst sich, und gleich auf der Stelle jeder beim Rentamt einschreiben. Der Kaiser Augustus will es haben. Er braucht dem halt wieder Geld. Man treibt zwar die kleinen Leute zusammen, das ist einmal so auf der Welt. Was werden jetzt die Leute zu Nazareth? Ja, die werden halt auch schimpfen und zahlen. Und wenn die Sache gerne hätten, das sieht man danach, weil die wollen. Herr Josef hat auch nicht schlecht gekifft. Du kannst ein Ding zu tun, dann kriegst du eine sehr eine Schrift, und es wackelt die Steuerlast. Klar, ja, kratzt die noch hinter die Ohren. Da kannst du nichts machen, mein Mann. Zahlt ist noch jedes Mal geworden. Mit dem Staat, da fängt keiner an. Der Josef sagt's letzt, in Gottes Namen, da reisen wir auf Bethlehem rein, das Rentamt und sagen, was wir haben, wird schon nicht gar so viel sein. Was ist noch mit dir, bleibst du da, Maria? Weißt du schon warum? Ich bleibe da gern, lieber Mann. Aber das Rentamt will, dass ich komm. Das Steuerbote hat es uns gesagt, denn jeder sagt, muss her. Weiberleut auch, hat er gesagt, und kein Ausnahm Geiz. So ist es bei mir. Hättest du das recht. Ja, wir geben mir denn mit den Leuten um, und wollen wir ein Korsam sein möchtet. Aber das, das ist mir dernast schon so dumm. O Josef, es steht in der Schrift, ist seit bald in Bethlehem drin. Und was sich alles damit antrifft, das hat dann der Herrgott im Sinn. Und was sich alles damit antrifft, das hat dann der Herrgott im Sinn. Und dann gehen wir mit den Schrift. Und dann gehen wir mit dem Schrift.